You can't touch this You can't touch this Hallöchen Freunde und cool, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Ja, Cave Update ist da Ich denke einige von euch werden mein Video dazu gesehen haben Nur nochmal kurz als Info für euch Ich habe es jetzt doch nicht so gemacht wie letzte Folge angepriesen Dass ich hier weiter gesucht habe nach einer Höhle Weil ich mir dann nach der Folge irgendwie dachte Ach komm, eigentlich hast du keinen Bock hier neue Gegenden aufzudecken und zu entdecken ohne euch Da habe ich keinen Bock drauf Deswegen habe ich mir fix eine neue Welt erstellt Bin mit dem Charakter hier rein, habe Cheatmodus angemacht Bin über die Map geflogen, bis ich eine Höhle gefunden habe Und habe dann einfach schnell in der Sonderfolge oder in der Update-Folge Einfach nur dort die Höhle gezeigt Damit wir hier auf der Map wirklich nichts verändern und alles so bleibt Wie es ist, ist nämlich mein Haushalt Ja, so Nur, dass ihr Bescheid wisst, also ich habe hier auf der Karte nicht weiter gesucht Ich habe heute leider Gottes nicht ganz so viel Zeit Deswegen kann es sein, dass die Folge mal wieder bei 20, 25 Minuten enden wird Und keine komplette halbe Stunde lang geht Ich hoffe ihr verzeiht Ja, das Einzige, was wir natürlich freigeschalten haben, sind jetzt einmal hier Feenriss Haarbündel Die rote Jute Und die Silberhalskette Ich weiß gar nicht, ob wir davon schon mal eine hatten Bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall die zwei Sachen Hat es halt freigeschalten Das konnte ich nicht verhindern So Dann, lasst uns mal schnell Inventar leer machen Wie die Zähne, die Zähne habe ich mit bei Gebirge drin, ne Ja Da sind sie So, jetzt haben wir noch ein paar Knochen Weg damit Der Trank kann bleiben Das eine Holz können wir auch noch lassen Obsidian haben wir noch Das packen wir mal fix hier vorne noch mit rein Wir machen die Folge auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter mit Silbersuchen Wir haben zwar jetzt schon einiges hier am Start Ich glaube die Kohle ist wieder leer, ne Ja, hier ist nämlich noch was drin Hier ist keine Kohle Hier ist keine Kohle Ach man eh Wir können mal gucken, ob wir vielleicht schon eins aufrüsten können Und dann machen wir uns nochmal ins Gebirge Sammeln ein bisschen Silber Und dann würde ich sagen, hauen wir mal wieder zwei, drei, vier Baufolgen durch Wenn ihr Bock habt Mensch, wie viel Kohle war denn das? So, jetzt aber Ja, hauen wir noch ein paar Baufolgen durch, würde ich sagen Und dann gucken wir mal Dass wir uns zum letzten Endboss machen Wir futtern uns erstmal was rein Oh, wir brauchen unbedingt Essen Wom habe ich denn jetzt eigentlich das ganze Silber hier oben reingehauen? Ist doch eigentlich für hier gedacht So, was können wir denn mal machen? Frostner vielleicht? 30 Silberbraucher Haben wir noch Stufe 3 Und der Tworga Fangzahn braucht nochmal 20 Silber Ja komm, wir hauen erstmal den Frostner durch Wofel habe ich? Ich habe doch Sagt bitte nichts Sagt einfach nichts 18 Silber Ne, das ist alles Zinn, ne? Ich habe es doch richtig einsortiert Aber das Eisen ist falsch Mist, wir haben doch noch keine 30 Silber Verdammt Na gut Dann müssen wir das später machen Jetzt brauchen wir erstmal ein paar Würste Ah, Schlangeintopf will ich nicht mitnehmen Och, jetzt sagt nicht Wir haben nichts anderes mehr Wirklich jetzt Noch einen rohen Fisch Sehr geil Wir könnten Was bringt denn das gebratene Wolfsfleisch? War das okay? Komm, wir brutzeln mal fix drei Wolfsfleisch durch Wir sind nur im Gebirge unterwegs Ist jetzt nicht so Dass wir hier durch die Ebenen rennen Würde ich ja gerne Geht das auch, wenn es regnet? Ja, geht natürlich sofort außen Ich hatte nur ein Holz einstecken Yay Läuft bei mir heute, oder? Schön So, haben wir hier noch Hier haben wir noch Holz Komm jetzt, nimm mit Hab ich doch Ach man, hier regnet es rein Weil der Wind so scheiße steht Jetzt kann ich hier nichts brutzeln, oder was? Ach, Leute Ich weiß halt leider nicht, was für eine Uhrzeit ist Komm, wir legen uns mal pennen Wenn es geht Mal gucken Sieht man halt bei dem Wetter auch immer ein bisschen schwierig Ob hier Tag oder Nacht ist Ach, ja Ey, komm, Spiel Bumst mich halt komplett durch heute Was soll denn der Scheiß? Komm, hier Zack, Feuer Und hoch Ja Wie schwer kann es sein Ein bisschen Fleisch zu braten? Hier seht ihr es Zumindest können wir schlafen Das ist schon mal sehr, sehr gut Jetzt einfach mal Daumen drücken Dass es jetzt nicht mehr regnet Wir hätten natürlich auch schnell was im Kessel machen können Das wäre viel, viel schneller gegangen Aber Hab ja vorher nicht geahnt Dass das hier so ein So eine schwierige Geburt wird Regnet natürlich immer noch Aber der Regen kommt zumindest ein bisschen gerade runter Ah, guck Zack, zack, zack Ja, hat aufgehört Perfekt Ja, ich war ein bisschen doof Also wer von euch die Update-Folge oder das Update-Video nicht gesehen hat Der wird es noch nicht wissen Das Horn of Celebration nimmt natürlich die Mets, die man einstecken hat Hätte ich auch drauf kommen können Bin ich aber nicht Ist mir dann nach der Folge aufgefallen Wo ich die ganze Zeit mein Nein, doch geil Kann ich jetzt hier unendlich Mets saufen Fließ mir dann ein Ich hab's dann nochmal richtig gestellt In dem Update-Video Aber ich wollte es nochmal für euch sagen Falls es der ein oder andere nicht gesehen hat Ist natürlich doch nicht so geil Wie ich dachte So, guck mal Kommen wir jetzt Jetzt kommen wir doch auf 30 Silber Oder? Dann hauen wir hier überall Ist das Silber jetzt alle Oder ist die Kohle alle? Ne, die Kohle Wir haben noch welche hinten An den Kohlenmeilern rumliegen So Jetzt müssten wir doch mal auf 30 Silber kommen Ne, immer noch nicht 26 Ach, verdammt Zack 39 Jawohl Vier Stück fehlen noch, ne? Ach Mist Hier war voll viel Kohle drin Aber kein Zeug mehr Hier auch Ach, verdammt Okay Also ist es nur noch Hä? Ach, weil hier kein Abzug ist Tut mir leid, Gebäude Was hab ich denn jetzt? Das wollte ich da wegreißen Komm Zieh ab Wie viel haben wir hier noch drin? Drei Hier war noch viel, ne? Neun Brauchen wir eigentlich bloß noch vier Stück Können die Kohle ja trotzdem hier schon mal überall reinpfeffern Ja komm, die vier warten wir noch ab Dann machen wir zumindest Frost noch auf Stufe 3 Und gehen da nochmal ins Gebirge Und gehen da nochmal ins Gebirge Gucken noch nach ein bisschen Silber Wir haben ja überall was markiert Basteln da noch ein bisschen Silber ab Und dann können wir vielleicht nächste Folge Weil die Folge wird wahrscheinlich im Gebirge enden Können wir vielleicht nächste Folge dann Noch ein kleines bisschen Silber sammeln Und machen uns dann hier nach Hause Lassen es brutzeln Und machen hier mal ein bisschen Inneneinrichtung Beziehungsweise zweite Etage Galerie Ihr wisst ja was alles ansteht So komm, hau raus jetzt hier das Ding Jawohl Ah, scheiß Fackel Ah, da hat er es geschafft So, Frost noch, Stufe 3 Bam Geil Was kostet die nächste Stufe? 45 Silber, Alter Ihr habt auch eine Meise Wahnsinn Wucher Wucher Wie die Spritpreise aktuell So, Ebenenbasis Das müsste Das Portal sein ins Gebirge Ich bin mir relativ sicher Das kommt nicht oft vor bei Teleportalen Teleportalen, genau Bei Portalen, bei mir So, wir waren hier durch, oder? Ne, noch nicht komplett Oder warte mal Hier haben wir noch eine Drüse Das ist die Frage Haben wir jetzt wieder eine Ader vergessen? Ich glaube fast nicht Also hier war auf jeden Fall Schluss, ne? Ich glaube, da sind wir uns einig Das passt An sich sind es ja aber drei Adern Ach, guck mal hier Und hier ist dann Schluss mit der Ja Warte mal, das hier unten Das ist, ne, das ist doch auch Silber Okay, wir haben doch noch was Geil Dann geht's ein bisschen schneller Wollen wir nicht erst zu dem anderen Ding rennen Ah, ist ja sogar noch ein bisschen was Haben wir schon was bekommen? Nö Will ich nicht Jetzt war, da waren die ersten zwei Silbererz Jawohl Ich fände halt So eine Fähigkeit mit schnellerem Spitzhacken geil Schnelleres Baumfällen haben wir ja schon Schnelleres Spitzhacken wäre auch mega Oder effizienteres oder so Irgendwie sowas So, wie sieht's aus? Vier Stück 45 Silber, ne? Jetzt haben wir Wie viel haben wir jetzt noch in den Schmelzöfen circa? Zehn Boah, alter Schmiede Das wird ein teurer Spaß Geht die jetzt hier noch weiter? Hier kommt noch was Das sieht mir nach Silber aus Komm, jetzt geh doch mal kaputt Die geht hier noch weiter, ne? Finde ich schön im Stein drin Die jetzt hier hoch? Ne, das ist kein Silber Das ist Ist das alles Das hier ist noch Silber? Okay Haben wir Sieben Stück am Start Ich mach hier den Stein trotzdem noch mal kaputt Ach guck mal Hier liegt schon wieder Silber rum Weg mit dem Stein Silber her Ja, hier ist nämlich auch noch was drunter Langweilig So, 14 Naja, ging doch Vielleicht kommt ja noch ein bisschen was Ich sehe noch Silberader irgendwo Hier ist nämlich noch was Her damit Ja komm, wir hauen mal fix den Stein kaputt Man war die trotzdem recht ergiebig, ne? Also mit der anderen Silberader Sollten wir dann glaube ich durchkommen Also für alles was wir brauchen Für die Upgrades Können wir noch aufnehmen? Natürlich nicht Weg damit 16 Gucken wir noch mal vorsichtshalber Aber ich glaube das war's Ne, das ist kein Silber Hier unten haben wir noch ein bisschen was Wir kloppen noch mal hier in den Boden rein Ich glaube ich treffe sogar Silber Ja Hier ist wirklich noch mehr Geil Aber sogar gar nicht so wenig Aber hier endet sie dann Wir werden dann auf jeden Fall auch noch mal hier In dem normalen Let's Play Jetzt mal in Anführungszeichen gesagt Die Frosthöhlen besuchen Gar keine Frage Und auch die neuen Sachen Die wir jetzt herstellen können Jute Teppich in Rot und so Haben wir noch Stein? Ja, haben noch Stein Jawohl Ich muss bloß mal gucken Wann wir das machen Ich wollte euch jetzt Wirklich erstmal wieder ein bisschen Baufolgen bringen Ich hab ja auch Bock da weiter zu kommen Mit dem Haus Ja und jetzt Ich sag mal Es dauert halt relativ lange Wir müssen ein neues Gebirge finden Wir müssen dort erstmal auch eine Frosthöhle finden Dauert halt ein Weilchen Wer Bock hat sich's anzuschauen Kann ja Mein Update Video angucken Wir machen es auch noch hier im Let's Play Aber es steht jetzt erstmal nicht so weit oben Auf der Prioritätenliste Gut, ich glaub das war's, ne? Das hier oben Das ist ja alles bloß noch Stein Jo, das ist es gewesen Dann haben wir alle drei Adern ausgebuddelt 449 Jetzt lass mal gucken Wo ist denn das andere Silber? Das ist hier unten Das können wir jetzt erstmal wegmachen Wir gucken jetzt mal Steinsuche hieß das Portal Ah Mist Ich kann das Portal nicht mitnehmen Da sind wir überladen Ne, dann machen wir jetzt zurück Packen das ganze Silber In die Schmelzöfen rein Gehen wieder ins Gebirge Nehmen das Portal Mitlaufen Zum anderen Silber Zu der anderen Silberader Denke das ist ein Plan So, komm Hier, wie viel haben wir denn jetzt Insgesamt 20 Achso, jetzt wollte ich eigentlich 7 rein machen Naja So, zack, zack, zack Und hier noch ein bisschen was Einigermaßen gut aufgeteilt 8 Silber sind wieder am Start Ich denke wir können gleich noch mal ein bisschen Kohle nachhauen Aber ich befürchte fast Dass wir nicht mehr so viel Holz haben Die Sache ist Die nächste Folge kommt Samstag Ich schaff's vor Samstag definitiv nicht Wir probieren das jetzt mal aus Ob man auch Kernholz nehmen konnte Ja, ich schaff's vor Samstag definitiv nicht Äh, nochmal nebenbei zu zocken Weil ich nochmal Mein Bruder Beziehungsweise den anderen Bruder Ich hab zwei Äh, nochmal mit hier zu mir Ins Haus hole Damit wir mit dem Dachboden vorankommen Allah Ja, es geht Hinzugefügt Kernholz Steht sogar da Jetzt einfach mal Daumen drücken Dass das Zeug auch ein bisschen ergiebiger ist Ich meine Ist ja auch schwieriger zu kriegen Könnte man schon mal machen, oder? Ja, deswegen schaff ich's nicht Es könnte auch passieren Eventuell, dass Samstag die Folge etwas später kommt Also ich werde auf jeden Fall Samstag noch eine aufnehmen Und euch auch Samstag hochladen Kann aber sein, dass ich's nicht pünktlich 19 Uhr schaffe Also seid mir da nicht bös Gut, wir machen schnell Inventar leer Ins Gebirge zurück Und dann wird's wahrscheinlich heute wirklich nur eine 20 Minuten Folge Tut mir leid Aber ich fahr jetzt dann halt gleich direkt danach los Um meinen Bruder abzuholen Und es sind halt zwei Stunden Fahrt Und ja Deswegen drängelt es halt gerade ein wenig So, hier Gebirge Zack Sag mal, was haben wir Ist das jetzt auch noch Das ist auch noch Silber? Das sind die sechs Stück noch Genau Also haben wir doch schon wieder 14 20 haben wir gebraucht Für den Fangzahn, ne? 20, okay Dann kriegen wir den auf jeden Fall Auch noch auf die drei Ja, dann würde ich sagen Wir rennen jetzt nicht nochmal ins Gebirge Wir warten mal kurz Dann machen wir den Fangzahn noch eine Stufe höher Und teleportieren uns dann vielleicht nochmal fix ins Gebirge Und machen dann Schluss Aber dann rennen wir heute nicht mehr darüber Zu der anderen Ader Eins Zwei, drei Und Nummer vier Perfekt Dann können wir das Ding nämlich noch upgraden Und vielleicht stellen wir noch ein paar Lebensmittel her Wird ja auch mal wieder Zeit So Hä? Ach, sechs brauchen wir doch Wir brauchen sechs Äh, was brauchen wir noch? Wir brauchen uralte Rinde und Glibber So, Rinde Zack Glibber, glibber, glibber Zack Irgendwas war es noch, oder? Holz Hoffentlich kein normales Holz Das haben wir nicht Ne, vier Hirschfell Okay Komm, zwei Silber noch Dann kriegen wir das Ding noch hoch Machen jetzt noch ein bisschen Futter Und dann ist Schluss Hä? Ach ja An dem einen hängt es jetzt natürlich Dass wir uns jetzt hier rüber quälen müssen Nicht mal das reicht Aber das reicht Hier Zwiebeln Sind das Zwiebeln? Ja Haut euch ein bisschen Fleisch rein Guter Dünger So Jetzt hätte ich ihn fast wieder hergestellt Ne? Es ist Es ist auch ein bisschen fies gemacht Und Bam Geil Den noch auf der drei Was braucht das Ding für die vier? 30 Silber Huh Also wir brauchen jetzt noch Warte mal Schwarzmetallschild Ich glaube wir haben kein Edelholz Ja genau Ansonsten hätte ich das machen können Also wir brauchen jetzt noch mal 30 Silber Und wir brauchen 45 Also 75 Silber Junge 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 Aber dann haben wir Frostner gemaxed Wir haben Fangzahn gemaxed Das Ding machen wir auch noch fertig Dann haben wir das eigentlich alles erreicht Irgendwann mal mit Eisen dann noch die Spitzhacke ein bisschen hochkriegen Das wäre mir ganz lieb Mann 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 Wir haben Odin verärgert glaube ich Weil ich Letzte Folge oder vorletzte geschimpft habe Dass er sich so wenig klicken lässt Ist da gerade Ein bisschen Agro auf uns So komm Dann machen wir noch ein bisschen Futter Gebt mir hier mein Wolfsfleisch wieder Und Die Moltebären Hab ich nur so wenig angebaut? Oder haben wir keine Zwiebelsamen mehr? Das müssen wir mal gucken Wir haben doch hier noch Ein Samen-Dings Das Ding ist natürlich komplett leer Wie sieht es mit Zwiebeln aus? Zwiebeln haben wir noch Na gut dann können wir ja noch Samen herstellen Ich würde sagen wir kochen uns noch eine leckere Zwiebelsuppe Können wir schön aus dem Maul stinken Wenn Odin das nächste Mal da ist Ja aber die ist eigentlich echt geil Drei Zwiebeln 60 Ausdauer Hält 20 Minuten Kann man schon mal nehmen Und was hatten wir ansonsten noch? Karottensuppe ne? Karottensuppe war auch Ausdauer Und Würste ist Gesundheit Genau Also Pilz und Karotte Wie viel hab ich denn jetzt hergestellt? Neun Stück So eine komische Zahl Da müssen wir schon mal eins machen Dann haben wir wieder zehn Dann können wir die Moltebären wegpacken Zwiebeln wieder raus Und jetzt brauchen wir Mörlis Und Pilze Ja ich finde eigentlich Wir fahren zur Zeit ganz gut mit dem Mit dem Ausdauer-Beat Wollte ich gerade sagen Also mit den Lebensmitteln Dass wir mehr auf Ausdauer gehen Klar in den Ebenen Wird es vielleicht manchmal Ein bisschen brenzlig Aber Es ist mir doch lieber Mehr Ausdauer zu haben Wir sind schneller unterwegs Wir können schneller Spitzhacken und so weiter Bringt halt viele Vorteile mit sich So komm Dann machen wir gleich noch ein paar Wenn wir da natürlich Zum Endboss gehen Dann wird hier Natürlich nur das Maximum Reingefuttert Was geht So Suppe Gut Leute Dann machen wir Schluss Knapp 22 Minuten sind es geworden Ich hoffe ihr seid mir nicht böse Es kommt dann Samstag die Folge Wie gesagt Eventuell erst 20, 21 Uhr Mal gucken wie ich es schaffe Dann gehen wir noch ein bisschen Silber sammeln Und dann machen wir wieder ein paar Baufolgen Ich freue mich drauf Ich hoffe ihr auch Bis dahin Macht's gut You can't touch this You can't touch this Ich hoffe ihr seid mir nicht böse Ich hoffe ihr seid mir nicht böse